Willkommen in der Rechtsanwaltskanzlei Wasma und Kollegen in Ettenheim. Mit mehr als 40-jähriger Erfahrung beraten wir sowohl mittelständische Unternehmen als auch private Mandanten. Im Bereich des Zivil- und Wirtschaftsrechts, mit besonderem Schwerpunkt im Verkehrsrecht, Arbeitsrecht und Erbrecht, stehen wir Ihnen kompetent und zielorientiert zur Seite. Ihr persönlicher Ansprechpartner erarbeitet effiziente Lösungen für Sie. Dabei profitieren Sie von der fachlichen Expertise und der kontinuierlichen Weiterbildung aller Kollegen. In sämtlichen Rechtsfragen sowie bei Verhandlungen, auch vor Gerichten und Behörden, wir sind für Sie da.